willkommen zu einem weiteren pokémon go video in diesem video zeige ich euch die highlights letzter woche so ungefähr soll das gewesen sein und zwar zum anfang auf jeden fall ein shiny shiny hooks leute richtig geile sache aus ner weight richtig geil sollte auf jeden fall 91 prozent gehabt haben ja nicht 91 das war 89 glaube ich sogar nur aber immerhin besser ist so ein 69er scheinen aus der weight also ein bisschen belastend gewesen aber 89 prozent passt auf jeden fall schon mal für ein shiny pokémon also naja ich weiß nicht ob ich entwickeln werde wenn ich noch ein zweites bekommen dann entwickle ich es auf jeden fall mal durch aber das erste shiny shiny hooks hebe ich mir auf jeden fall erstmal noch auf weil ich habe mir eben jedes shiny wenn ich es einmal habe erstmal bekommen habe ich mir das erste erstmal auf beim zweiten entwickle ich es eben durch und beim dritten mal dann habe ich mir von allen drei entwicklungen wenn es in drei entwicklung hat dann noch die zweite entwicklung dazu damit ich es immer so habe und leute jetzt nochmal ist gerade mal in meinem fax geschlüpft oder eben in diesen diese aufnahme eben die ich gerade eingeblendet habe richtig geile sache da ist mir inzwischen gerade mal nur zwei geschlüpft oder so ich habe nur so togepi und ihr elekid zu bekommen und sowas und knacklion nicht nicht knacklion knacklion kann man aus dem zähnei oder so naja immerhin nicht so tolles zeug eben naja da kann man eigentlich nicht meckern weil togepi bonbons und elektek bonbons kann man eigentlich auch gut gebrauchen naja es ist auch egal jetzt und ein pischu mit zwei jahres mit ausgebrötet war er noch im letzten jahr auf jeden fall die eier sollten auf dem letzten jahr gewesen sein wann genau es war weiß ich nicht ganz genau aber es ist auch egal jetzt hauptsache nochmal ein ei video und ein p das ist das was ich nicht so gerne aus den anderen eier bekommen also das war jetzt nicht so toll dass das man überhaupt nicht gebrauchen kann die bonbons kann davon gebrauchen aber war es also leider so und leute jetzt ein shiny mag wie aus dem ei leute richtig geile sache ich habe die ev sollte auch ganz in ordnung gewesen sein aber naja immerhin shiny shiny der ist die ev eigentlich egal richtig richtig geil schreibt ab in die kommentare leute wenn ihr auch schon einen shiny mark piosen bekommen habt oder sogar mit guter ev könnt ihr auch gerne in die kommentare schreiben oder auch einen shiny shiny nux aus der welt das wäre auf jeden Fall auch sehr nice wenn ihr es in die kommentare schreiben könnt könnt ihr mal ausfinden wie viele von euch schon an shiny shiny nux haben und ja es würde mich auf jeden Fall interessieren und leute zum ende dieses videos zeige ich euch noch mal wie ich einen bronzeln fange das ist mir glaube ich schon ich weiß nicht genau vier mal hätte ich fangen können wenn ich da hingefahren wäre aber nur einmal habe ich da zeit gehabt oder so naja ich habe eigentlich davon einmal habe ich eine verpasst oder so glaube ich und dreimal war das meine nähe das erste mal habe ich es mir geholt und die anderen beiden male da waren die in den pokestop da wo ich kein Bock habe hinzufahren und hatte kein bock gehabt hinzufahren und ja da habe ich mir eben nicht geholt weil der pokestop eben so weit entfernt war und ich habe keinen bock gehabt in dieser kälte den fahrer da noch hinzufahren also kein bock gehabt echt nee das war es auch egal weil es eh schon hatte also ich habe sich gelobt für die pokémon go natürlich und die weiterentwicklung damit ich es endlich mal entwickeln kann aber auch egal und leute ich glaube das war es auch mit diesem pokémon go video wenn es euch gefallen hat könnt ihr natürlich gerne ein like und abo da lassen falls ihr es noch nicht getan habt und dann bis zum nächsten mal ciao Untertitelung des ZDF, 2020